Freirat Ich bin der Gottfried und ich mache im Freirat die Sendung Divertimento seit zehn Jahren. Divertimento ist eine allgemeine Kultursendung, also Musik, Literatur, Theater. Und ich versuche immer nach Möglichkeit, Interviewpartner zu kriegen, mit denen ich über alles Mögliche reden kann. Und es variiert. Mal gibt es das, mal gibt es das. Gelegentlich auch eine Sendung aus meiner Sammlung.